Hallo zusammen! Stellt euch vor, plötzlich steht die Polizei vor eurer Tür und nimmt euch mit, weil ihr jemanden überfallen und ausgeraubt habt. Und es gibt sogar Augenzeugen, die euch wiedererkennen. Und egal, wie sehr ihr eure Unschuld beteuert, es bringt alles nichts. Ihr landet im Gefängnis und versteht die Welt nicht mehr. Bis ihr 15 Jahre später durch einen Zufall erfahrt, dass es jemanden gibt, der euch in allem super ähnlich ist. Und zwei Jahre später, also nach insgesamt 17 Jahren, werdet ihr tatsächlich freigelassen, weil dieser Doppelgänger wahrscheinlich den Raub verübt hatte, für den ihr verurteilt wurdet. Das ist eine wahre Geschichte. Ganz viele Nachrichtensender berichteten darüber, was Richard Jones passierte. Und das ist ein Doppelgänger. Und ich frage mich, haben wir alle einen Doppelgänger? Also zumindest bei berühmten Menschen scheint es keine Seltenheit zu sein, dass es Doppelgänger gibt. Wir machen da mal ein kleines Spiel. Wer ist der echte Ed Sheeran? S oder O? Und wer ist der echte Ryan Gosling? P oder A? Und wie sieht es hier aus? E oder T? Und bei Donald Trump? Wer ist echt? O oder R? Und wer ist hier echt? A oder R? Und war das leicht oder schwer? Ich bin sehr gespannt, welche Lösungswörter ihr in die Kommentare schreibt. Aber vielleicht sagt ihr auch, pff, die waren sich doch alle überhaupt nicht ähnlich. Was natürlich die Frage aufwirft, ab wann ist jemand überhaupt ein Doppelgänger? Im Lexikon steht bei Doppelgänger Person, die eine anderen zum Verwechseln ähnlich sieht. Ja, das ist wenig überraschend. Hätte ich auch so definiert. Zum Glück gibt es die Wissenschaft, die uns da bestimmt weiterbringen kann. Vor allem auch, wenn es darum geht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass da irgendwo ein zweiter Ralf rumläuft. Oder ein zweiter, wie ist Platz für euren Namen? Wenn man das berechnen will, braucht man erstmal Daten. Genauer gesagt, welche Merkmale bei Gesichtern zum Beispiel tauchen wie oft genauso bei den Menschen der Welt auf? Diese Aufgabe scheint absolut unlösbar zu sein. Aber australische Forschende haben es trotzdem versucht. Sie haben knapp 4000 Gesichter einer anthropometrischen Datenbank des US-Militärs analysiert. Und dann berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass acht Gesichtsmerkmale bei zwei Personen ganz genau übereinstimmen. Also etwa die Größe der Ohren oder der Abstand zwischen den Augen. Das Ergebnis ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die untersuchten Menschen einen Doppelgänger haben, liegt nach ihrer Rechnung bei knapp 1 zu einer Billion. Mit B. Bei gut 8 Milliarden Menschen ist das also praktisch ausgeschlossen. Und selbst wenn man alle Menschen mit einbezieht, die jemals auf der Erde gelebt haben, zusammen sind das schätzungsweise 117 Milliarden, ist es immer noch höchst unwahrscheinlich. Und da frage ich mich, hä? Wie kann das denn sein? Das entspricht doch überhaupt nicht unserer Wahrnehmung. Es könnte daran liegen, dass in der Studie ein paar größere Fehler gemacht wurden. Und ich erwähne diese Studie auch nur deshalb, weil es die einzige war, die wir gefunden haben zu diesem Thema. Also, zum einen gab es ein paar Fehler in der statistischen Berechnung. Zum anderen war die Stichprobe gar nicht repräsentativ für alle Menschen auf der Welt. Es waren ja nur Gesichter aus der US-Armee und das auch noch aus dem Jahr 1988, was immer ich damit sagen will. Möchte man aber Aussagen über die Gesamtbevölkerung machen, dann muss sich die Stichprobe auch aus der Gesamtbevölkerung zusammensetzen. Und die Studie stützte sich auf ganz genaue Messungen. Wenn also die Ohren der einen Person 59 mm lang waren, die einer anderen aber 60 mm, dann hätte die Studie keine Ähnlichkeit festgestellt. Grüße nach Australien, aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Was ist aber der Grund dafür, dass wir trotzdem verhältnismäßig oft Doppelgänger sehen? Es liegt zum Teil wahrscheinlich daran, dass wir Gesichter nicht als zusammengesetzte Einzelteile wahrnehmen, sondern eher in ihrer Gesamtheit. In der Forschung wird das Ganze holistische Wahrnehmung genannt. Ich zeige euch mal, was das bei Gesichtern bedeutet. Hier sind zwei Gesichter. Links grimmige Augen, rechts freundliche. Oder? In Wahrheit sind die Augen auf beiden Seiten gleich. Unterschiedlich ist nur der Mund. Links ein ernster Mund, rechts ein angedeutetes Lächeln. Das heißt, bei diesen Beispielen beeinflussen die unteren Teile der Gesichter, wie wir die Gesichter als Ganzes wahrnehmen. Dieser Effekt ist in der Forschung schon gründlich untersucht worden. Ganzheitliche Wahrnehmung bedeutet, einzelne Gesichtsmerkmale nehmen wir immer in Bezug zu anderen Merkmalen wahr. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Und was heißt das für die Doppelgänger? Es könnte sein, dass ein Teil eines Gesichts eines fremden Menschen zufällig so ähnlich aussieht, wie das Gesicht eines uns bekannten Menschen. Und das reicht dann, dass der Rest des Gesichts auf uns auch sehr vertraut wird. Also, zack, Doppelgänger. Es gibt noch eine andere Erklärung, warum uns ein Mensch vertraut vorkommt, obwohl er uns total fremd ist. Nennt sich Face Space. Das ist ein theoretisches Modell aus der Psychologie, das sich damit beschäftigt, wie wir Gesichter erkennen. Ich meine, habt ihr euch schon mal gefragt, wie das Erkennen von Gesichtern überhaupt funktioniert? Uns kommen Gesichter von Menschen, die wir kennen, immer gleich vor. Aber tatsächlich sind die immer ein bisschen anders. Manchmal ist die Beleuchtung verändert. Manchmal sind die Augenringe dunkler. Manchmal die Oberlippe etwas behaarter. Und mal sehen wir diese Menschen von vorn, mal von der Seite, mal von unten, mal beleuchtet mit blauem Licht. Wenn man Bilder von diesen vielen Gesichtsmöglichkeiten übereinander legen würde, die sehen ganz schön unterschiedlich aus. Und trotzdem bleibt das Gesicht für uns erkennbar in einem gewissen Rahmen. Alle diese unterschiedlichen Eindrücke von einem Gesicht verbindet unser Gehirn mit einem bestimmten Menschen. Wenn wir dann das Gesicht in einer unbekannten Beleuchtungssituation sehen, wird auch dieser Eindruck abgespeichert. Wir sehen ein neues Styling, abgespeichert. Wir sehen das Gesicht aus einer völlig neuen Richtung, abgespeichert. Und wenn wir einen Menschen in einer Perspektive oder in einer Beleuchtung sehen, die keinem dieser abgespeicherten Bilder entspricht, weil wir zum Beispiel den Mund nicht so gut erkennen können, dann sagt unser Hirn, Hey, aber die Brille, die kenne ich doch. Komm, reicht mir schon. Sieht aus wie Ralf. Unser Gehirn arbeitet da sehr effizient. Ihr würdet mich auch erkennen, wenn ich ganz plastisch vor euch stehe und nicht nur zweidimensional, wie in so einem Video. Dieser Mechanismus kann aber auch dafür sorgen, dass wir jemanden erkennen, nur weil uns andere Merkmale sehr bekannt vorkommen. Ein Doppelgänger ist nach diesem Modell also jemand, der zufällig zu einer der vielen Varianten passt von einem Gesicht, das uns vertraut ist. Ja, und wie ist denn das jetzt? Haben wir also alle einen Doppelgänger? Es gibt da zwei Blickweisen. Einmal, wie wir jemanden wahrnehmen. Wir sehen manchmal Übereinstimmungen und haben den Eindruck, zwei Menschen könnten Zwillinge sein. So ähnlich sind sich die beiden. Wie zum Beispiel Esther Klink und Judith Rosenbauer aus Mannheim. Die lernten sich irgendwann kennen, nachdem Bekannte ihnen erzählt hatten, dass es jemanden gäbe mit einer unglaublichen Ähnlichkeit. Aber ist diese Ähnlichkeit nur ein Produkt unserer Wahrnehmung? Oder, und das ist die zweite, Blickweise auf Doppelgänger, sind sich diese Doppelgänger auch wirklich objektiv ähnlich, weil sie zum Beispiel ähnliche Gene haben? Der kanadische Künstler François Brunel macht Fotos von Menschen, die nicht verwandt sind, sich aber trotzdem unglaublich ähneln. Wie zum Beispiel Esther und Judith. Und mit diesen Fotos gab es im Jahr 2022 eine interessante Studie. 32 Doppelgänger wurden dafür sehr genau untersucht. Um festzustellen, wie objektiv ähnlich sich die Doppelgänger waren, haben die Forschenden mit drei Gesichtserkennungsprogrammen gearbeitet. Also im Grunde das, was wir alle nutzen, um unsere Handys zu entsperren oder um in extrem geheime Bereiche von unterirdischen Forschungslaboren reinzukommen. Von den 32 Doppelgängerpaaren haben 16 Paare den Test bestanden. Laut allen drei Programmen sahen sie sich besonders ähnlich. Von diesen Paaren wurden die Gen untersucht, um zu schauen, ob die auch von den inneren Werten Doppelgänger waren. Die Genanalysen der 16 Paare zeigten tatsächlich, dass mehr als die Hälfte, genauer gesagt neun von 16 dieser Paare, besonders viele gleiche Genvarianten hatten. Und das, obwohl sie nicht verwandt waren. Die Forscher nannten sie Ultradoppelgänger. Die Ultradoppelgänger hatten nicht nur ein ähnliches Gesicht, sie hatten oft auch eine ähnliche Größe und ein ähnliches Gewicht. Und sie zeigten sogar ähnliche Verhaltensweisen, also ob sie rauchten oder nicht. Selbst ihr Bildungsstand war ähnlich. Also, es gibt auf jeden Fall Doppelgänger. Und wir haben wahrscheinlich alle einen Doppelgänger. Wenn nicht genetisch, dann aber ganz sicher in der Wahrnehmung von anderen Menschen. Und ich finde, es passt ja, dass es bei Doppelgängern so eine doppelte Antwort gibt. Würdet ihr gern mal einen Doppelgänger von euch kennenlernen? Also, auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es ganz nett ist, jemanden zu kennen, der mir total ähnlich ist, solange er nichts Kriminelles macht. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich schon einen sehr ausgeprägten NFU habe. Das ist die Abkürzung für Need for Uniqueness, also Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Da würde mich mein Doppelgänger wahrscheinlich echt nerven. Wie ist es bei euch? Wenn ihr plötzlich einem Menschen gegenüberstehen würdet, der euch total ähnlich ist, würdet ihr dann denken, Hm, wer ist jetzt hier eigentlich das Original? Und ich würde mich natürlich fragen, habt ihr beide schon abonniert? Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Gern auch doppelt. Macht's gut. Geht's gut. Geht's gut. Gern auch doppelt.